Manche Erfindungen liegen so nahe, dass es sie längst geben müsste. So wie die elektrischen Hebebühnen von Bochum. Durchdachte Details und Qualität auf höchstem Niveau. Das sind ihre Markenzeichen. Natürlich heben auch unsere elektrischen Hebebühnen alle Lasten wackelfrei. Das heißt maximale Sicherheit im Labor. In geschlossenen Abzügen lassen sie sich aus der Ferne bedienen. Der Motor arbeitet im Niedervolt-Bereich. Elektrische Hebebühnen von Bochum. Gute Ideen und beste Qualität aus Deutschland.